Hallo zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf dem Weg bzw. auf der Durchreise mit der Melena zu den Endurides nach Kroatien. Jetzt waren wir gerade noch auf einem Zwischenstopp und zwar haben wir das Fahrwerk von Kevin abgeholt. Einmal hier ist ein Hardenbruck-Fahrwerk. Das bringe ich dem jetzt mit nach Kroatien und meine Gabel hat auch einen Service bekommen. Das heißt, es ist alles fresh. Vielen lieben Dank an den Rudy und wir fahren jetzt mal weiter. Wir sind jetzt angekommen in Kroatien bei den Endurides und es folgen mega geile Onboard-Aufnahmen. Melena ist hinter der Kamera. Sie sind so kranke Sachen gefahren. Seid gespannt, bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Melenas sportliches Gefährt für die Tage. Tschüss Super-Endura Suspension und Halleluja. gleich läuft die Geschichte. Das würde man sehen. Ab hier wird vielleicht einen burgunder naturungen, etwas st בר. So, wenn wir Hilfe brauchen, dann ist es für Hilfe. Alter, das ist toll! Ganz innen oder außen? Bitte? Innen oder außen? Ich weiß dir besser gefällt, aber normalerweise hier ist jetzt außen immer besser weil das gefällt dir nach außen geht Ja, ich probier mal Ja, geil! So geil! Ich suche mir immer nur ganz blöde Linien aus Der Weg hier runter, da kommt man dann auch zu diesem anderen Eingang vom Teufelsgraben oder von unten weil ich weiß nicht, ob von oben runter fahren vom Teufelsgraben jetzt vielleicht nicht aber ich fände es cool, ich weiß nicht wo der Marco hinkommt von unten von unten rein zu fahren Fahr mal hoch! Ich habe fast gesehen, was ich gemacht habe Ich habe es nicht gesehen Da habe ich wieder wie der letzte Depp da hochgefahren Da oben die Kanten bringen mich so aus dem... also im Sitzen, das nimmt mir viel zu hoch das Vorderrad Ich muss weiter mit dem Oberkörper nach vorne Ja, ich muss weiter mit dem Oberkörper, dann geht das eigentlich Sauber fühlt sich das nicht an Also irgendwie habe ich es geschafft, meinen Kupplungsdeckel kaputt zu machen jetzt läuft da Öl raus Aber jetzt machen wir mal so ein Quick Fix Melena und ich gehen doch jetzt mal ein paar Hängchen anschauen für sie Das ist so mega geil, die fährt jetzt gerade zum ersten Mal eigentlich richtig Enduro und es läuft schon richtig gut Ich muss mal auf jeden Fall ein paar Videos von ihr noch reinschneiden Jetzt fährst du da einfach die Linie hoch Erster, ganz sachte Sitzst du ganz entspannt fährst du da hoch Ja, geil! Wir sind gerade auf dem Weg zum Häufelsraben Der Klassiker! Der Klassiker! Rutschig? Auffass! Brauchst du oder brauchst du hinterher? Nein, das kriege ich hin! Musik Von! Ouf! Burt! Ah! Aha! Ratschig! Shouldwer spin recühle Du rose Halt immer Abstand von hier. Tut dir gut, gell? Mit dem Motor aus. Hilf dir. Einfach entspannter. Gut. Gut, geil doch. Gut. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Guck du Finger. Es ist so weh. Ja, weil sollen wir dann kurz Pause machen? Nein, das bringt nichts. Wir tun nach zwei Minuten wieder die Finger weh. Okay. Wir müssen einfach so durchfahren. Ist es okay? Ja. Rutschig. Sehr rutschig. Geil. Ja. Okay? Ja. Gut. Pause oder weiter? Weiter. Okay. Das wird jetzt richtig Spaß. Seht ihr? Komm. Okay. Das hat jetzt Grip. Ja, 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 ja. Das hat alles Grip, ja. So, und hier kommt der Spaß. Das ist kein Grip. Jetzt musst du von hier starten. Fahren. So, da starten. Dann hier kommen. Hier kannst du noch ein bisschen Gas geben, damit du mehr Geschwindigkeit hast. Aber dann musst du in der Glatte wirklich gleichmäßig durchfahren. Nicht viel los, nicht zu viel Gas. Nichts. Ja. Einfach von vorne. Aber hier musst du schon ein bisschen Gas geben und Geschwindigkeit mitnehmen. Ja. 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 Das ist ein bisschen wichtig. Ich habe es geschafft. Okay? Okay. Okay, okay. Noch ein bisschen? Nur ein bisschen, dass das rutscht. Okay, ich wollte nur hoch. Geil. Tutu bene. Respekt. Macht Spaß. Du willst so ein Muskelpaket. Ja. Das wäre lustig. Wir sind wieder zurück von einem sehr langen, aufregenden und mega 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 geilen Tag. Ich danke Marco so sehr für alles, was er uns heute an Tipps wiedergegeben hat. Und was für geile Sachen er einfach mit uns gefahren ist. Ich bin mega stolz auf die Milena. Es war mega krass, was sie gefahren ist alles. Also, wohlbemerkt Leute, erster Tag in die Ruhe fahren. Also Hut ab, wirklich. Chapeau. Und genau, wir haben jetzt noch einen schönen Abend. Essen was. Ich denke, wir beide sind hungrig. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung.